Am 16. November 2023 eröffnete die HGC ihre erste Ausstellung am neuen Standort Chur. Im großzügigen Showroom in der brandneuen Überbauung Trist 2 kommt erstmals ein komplett überarbeitetes Ausstellungskonzept zur Anwendung, das anschließend auch von den übrigen Ausstellungsstandorten der HGC übernommen wird. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein innovatives und nachhaltiges Beleuchtungskonzept sowie eine modulare Präsentation der wichtigsten Keramik- und Parkettkollektionen. Auf mehreren Erlebnisinseln wird ein repräsentativer Ausschnitt aus dem aktuellen Sortiment präsentiert. Mit dem ebenfalls neu entwickelten, bewusst werkstattähnlich gehaltenen Atelier steht zudem eine erweiterte Materialbibliothek zur Verfügung, die nicht nur Architekten und Interior-Designer zum kreativen Tüfteln vor Ort einlädt. Kommen Sie bei uns vorbei und lassen Sie sich inspirieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017